hallo willkommen hier habe ich heute zwei s launcher für sie im duett ist der bequem und zwar heißen die 79 11 s launcher in leder long live soft blue 31er leder und was kennen die noch die haben eine funk fährt bedienung vier motoren jeweils und sie haben einmal die größe small und einmal die größe medium funkfernbedienung heißt hier drauf bleiben bis es bringt und jetzt kann ich hier die sachen verstellen einmal den rücken den oberen rücken das fußteil alles zu verstellen acht tasten eine übersichtliche funkfernbedienung ok die hat kein kabel das ist ein vorteil ich brauche das nicht ich mag das mit kabel lieber aber das ist geschmackssache geht es mal ganz hoch dieser sessel ist medium so werden wir es zu weit und dieser sessel ist small also etwas tiefer im sitz zwei zentimeter tiefer auch im rücken nicht ganz so hoch und hier schnall ich die fernbedienung dran und hinten kann ich optional auch einen akku dran machen der kostet aber natürlich vieles im leben extra ich zeige ihnen das beim kleinen sessel auch hier wieder drauf tippen bis es blinkt 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 und dann kommt die fußstütze raus also alles nicht so einfach aber natürlich topqualität und wunderschönes sessel auch die farbe gefällt mir gut der ist jetzt mal der würde für mich eigentlich zu klein sein aber geht auch so und jetzt hier der rücken und jetzt zeige ich ihnen was der sessel noch kann und zwar kann er auch noch kippen und damit haben sie die sogenannte herzwaage position das ist mit die bequemste position weil die beine hochgelagert sind auf herzniveau und damit der blutrückfluss erleichtert was mir hier noch fehlt ist eine rückstelltaste ich muss also hier alles einzeln zurückstellen blöd 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 könnte man einfacher lösen aber ok fehlt hat wohl einer vergessen was mir auch noch fehlt ist aufstehhilfe hat er nicht aber brauchen die meisten leute auch nicht weil sie selber aufstehen können der sessel im duett kann eine garnitur setzen ja sie haben hier schon eine tolle optik sie haben eine hohe bequemlichkeit vier motoren schlankes design schönes strapazierfähiges leder und einen hohen preis so ein sessel neu bestellt im fachgeschäft ungefähr drei dreieinhalb tausend euro bei mir kosten zwei sesseln so viel nämlich drei 490 für beide sessel plus versandkosten einmalige schnäppchen aus der ausstellung von himmela jetzt bei uns zu haben bedanke ich mich für ihre aufmerksamkeit abonnieren sie meinen youtube kanal und ich würde mich freuen wenn sie bei uns mal vorbeischauen in 7286 empfingen bis zum nächsten mal ihr reinhard von profi schnapp.de bis zum nächsten mal